ja hallo ihr lieben leute herzlich willkommen zu einem weiteren video zunächst einmal möchte ich mich bedanken für den großen zuspruch den ich für das letzte video erhalten habe viele von euch haben sich gefreut dass ich wieder zurück bin und wieder produziere ich freue mich natürlich umso mehr letztes mal habe ich euch ja ein bisschen diesen unseren neuen easy dav campus vorgestellt und heute möchte ich euch ein beispiel kapitel einmal vorstellen zum thema artikel lernen die allermeisten deutsch lernen denn egal auf welchem niveau haben mit den artikeln noch recht große probleme vor allem am anfang der artikel also der die oder das welches substantiv verwendet welchen artikel und dafür möchte ich euch heute eine sehr 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 effiziente lerntechnik schon mal vorstellen am beispiel für maskuline substantiven bevor wir anfangen möchte ich euch noch mal erinnern an meinen gedächtnis crash kurs für deutsche grammatik der kostet ja normalerweise 37 euro für euch aber kostenlos ja und zwar dauerhaft letztes mal wurde ich gefragt ob der zugang dann nur kurzfristig gilt nein ihr habt dauerhaft zugang bitte schreibt euch einfach ein unter easy dav de crash kurs so ihr findet den link natürlich auch in der video beschreibung so und jetzt legen wir los wir gehen mal auf meinen bildschirm hier ist der login zu unserem campus so und hier sind wir und schau mal dennis hat hier gerade schon so ein activity feed hier eingefügt und wir gehen aber also hier ist der gedächtnis crash kurs für deutsche grammatik davon habe ich gerade gesprochen den kriegt ihr vollkommen kostenlos tragt euch bitte ein über den link in der video beschreibung und hier ist unser hauptbuch deutsch mit nemo techniken ich starte mal den kurs und wir sehen in der seitenleiste ein inhaltsverzeichnis und heute geht es ja hier ums artikel lernen wir klappen das mal auf und springen gleich in dieses kapitel mehr ordnung durch quasi wörter ja was soll das sein wir schauen uns das direkt mal an diese seitenleiste können wir jetzt auch einfach entfernen indem wir hier auf diesen pfeil klicken so und können wir das auch ein bisschen größer machen gut also mehr ordnung durch quasi wörter was genau soll das sein so ihr wisst ja vielleicht dass es bei all den unregelhaftigkeiten ja sondern in der in der regel kannst du einfach nicht wissen welchen artikel ein substantiv verwendet es gibt aber doch so ein paar kleine regel und die schauen wir uns heute an nämlich manche substantive haben spezielle endungen die immer den korrekten artikel oder fast immer den korrekten artikel anzeigen und wir sprechen jetzt gerade über maskuline endungen ich zeige sie euch mal hier auf meinem bildschirm zum beispiel die endungen or is mus und link sind fast immer maskulin das trifft auf über 90 prozent aller substantive mit diesen endungen zu ihr habt es bestimmt auch schon in so manchen schulbüchern gelesen dass es diese endungen gibt und ich weiß noch aus meiner zeit als deutschlehrer für deutsch als fremdsprache dann haben die bücher immer den lerntipp gegeben lernen sie diese endungen auswendig und wenn man das für alle drei artikel machen muss kommen da schon eine menge endungen zusammen und das problem war natürlich dass die lernenden immer gesagt haben wie sollen wir uns diese abstrakten endungen zu den artikeln merken können und genau das gehen wir jetzt an ich zeige euch wie man das geschickt machen kann hier folgt nämlich ein lerntipp hier mit der elfe arrangieren sie die silben so dass man sie wie ein wort aussprechen kann sie erzeugen somit ein künstliches wort ein sogenanntes quasi wort quasi bedeutet er kommt aus dem lateinischen und bedeutet wie also wir konstruieren etwas dass man wie ein wort aussprechen kann so wir gehen wieder zurück auf meinen bildschirm und schauen uns dass man in der praxis an so wir haben hier die silben umarrangiert so dass wir sie da sind noch mal diese silben so dass wir sie aussprechen können wie ein wort iglingorismus das könnt ihr gerade mal selbst üben iglingorismus und dazu haben wir auch ein bild eine figur erfunden man kann sich natürlich fragen ein iglingorismus was könnte das denn sein und was könnte das alles mit artikeln zu tun haben hat ich habe mir gedacht das könnte so ein bazillus sein da iglingorismus und deswegen habe ich diese figur zeichnen lassen und dazu eine kleine biografie mir ausgedacht er ist für die artikelkrankheit der deutschen sprache verantwortlich er ist der böse ja und mit hilfe dieser visualisierung und dieser arrangierten silben die du wie ein wort aussprechen kannst iglingorismus probier das ruhig mal mit mir zusammen guck dass niemand in der nähe ist oder sprichst mit einer inneren stimme iglingorismus iglingorismus das kannst du ein bisschen für dich trainieren und wirst sehen dass du recht schnell diese vier silben auswendig kannst und dann auch wörter identifizieren kannst die diese silben haben und das wollen wir jetzt mal an einer kleinen oder an zwei kleinen übungen trainieren hier kommt die erste online übung ganz ganz einfach so ich mache jetzt mal etwas kleiner wieder die darstellung so hier sollst du einfach die silben noch einmal in der korrekten reihenfolge arrangieren so wie wir sie eben ausgesprochen haben kannst einfach diese elemente hier ziehen also kannst du dich noch erinnern es beginnt mit igling an jetzt stimmt schon iglingorismus und jetzt gehen wir auf weiter und welchen artikel repräsentiert diese figur noch mal das geben wir jetzt hier ein das war der artikel der und wir gehen auf test beenden hoffentlich haben wir alles richtig gemacht jawohl wir haben 49 sekunden benötigt und zwei von zwei punkten erreicht und hier sind überall buttons wieder mit denen du direkt zurückkommst an die stelle im buch wo wir waren du kannst den test auch einfach noch mal machen wenn du möchtest und wir gehen aber jetzt erstmal wieder zurück dahin wo wir waren so ich mache wieder etwas größer diesen test haben wir ja gemacht und darunter gibt es gleich noch eine zweite online übung hier steht die erklärung bei der nun folgenden übung 2 gebe ich ihnen zwölf substantive nicht alle haben eine artikel endung sie müssen entscheiden ob das substantiv eine solche genusspezifische endung hat lehrkräfte finden oben unter den materialien arbeitsblätter zum ausdrucken die materialien kann ich mal ganz kurz zeigen die finden wir hier ist oft so eine material sektion dabei hier kannst du jetzt übungsblätter als pdf oder als word dokument runterladen wir gehen aber wieder zurück dahin wo wir waren bei übung 2 also ich erkläre das nochmal wir sehen jetzt gleich zwölf substantive dabei ist völlig egal ob wir sie verstehen oder nicht also wenn dein deutsch noch nicht so gut ist ich habe natürlich auch extra ein paar komplizierte substantive ausgewählt es ist jetzt erstmal gar nicht wichtig dass wir sie schon kennen und auch nicht dass wir den artikel vielleicht schon gelernt haben jetzt ist nur wichtig dass wir diese endungen identifizieren können wir sollen jetzt also nur entscheiden hat dieses substantiv eine genusspezifische substantiv endung an der wir zum beispiel den artikel der ablesen können oder ist eine solche endung nicht vorhanden und das machen wir jetzt gleich mal in der übung ich zeige euch das an zwölf substantiven wir gehen die übung jetzt mal komplett durch so hier ist nochmal der hinweis wichtig du musst das substantiv nicht verstehen wichtig ist nur dass du die endungen identifiziert erkennst findest so und wir starten den test und hier ist unser erstes substantiv also du siehst hier es gibt zwölf stück ich kann hier auch beliebig durchklicken wie ich möchte aber wir beginnen jetzt mal mit dem ersten hier steht das wort könig übrigens spricht man ig am ende die silbe ig am ende in den ja so in der im referenz hochdeutsch ich aus so wie das wort das pronomen ich es gibt auch regionen wo man es ich ausspricht und ja also zum beispiel in süddeutschland oder in der schweiz ich meine auch in österreich gibt es viele regionen oder sogar in ganz österreich in der schweiz spricht man das eher ich aus aber so auf der schauspielschule in deutschland würdest du das so lernen da gibt es auch ein bisschen den streit darüber unter phonetikern was heißt ein streit auf jeden fall lehre ich immer dass man die referenz eher ich ausspricht so jetzt geht es aber los also ich erkennen wir natürlich gleich oder hier erkennen wir gleich die silbe aus dem wort iglingorismus also sage ich ja es gibt diese es gibt hier eine solche silbe beim zweiten wort t shirt da erkenne ich keine der vier silben also nein gibt es hier nicht das nächste ist schreibtisch das hat auch keine das trackpad hat auch keine solche silbe sarkasmus allerdings schon iglingorismus ja das hat eine solche endung blumentopf nein steckling iglingorismus das hat diese endung der steckling heißt das tatsächlich monitor da erkennen wir auch das ohr als endung ja teppich hat nicht solch eine endung das ich ist nicht gleichzusetzen mit der endung ig insofern dürfen wir das hier nicht markieren es hat aber trotzdem ein maskuliner es ist auch maskulin äh nein es hat nicht solch eine endung der schädling ja ausgleich nein und der rucksack auch nein und wir hoffen dass wir alles richtig gemacht haben alle fragen sind abgeschlossen und jetzt kann ich den test beenden und wir haben 12 von 12 korrekt gemacht sehr gut und wir gehen wieder zurück zum buch und schauen uns an ob es vielleicht noch eine übung dazu gibt und tatsächlich hier gibt es nämlich ein schönes nemo spiel ich nenne es das daddy das nemo und da kannst du jetzt einfach diese endungen noch einmal üben achtung drehe mal irgendeine karte um ismus ich hoffe ihr habt das gehört mein computer meine computer lautsprecher brauchen noch ein bisschen bis sie anspringen so also ich spreche im hintergrund diese wörter auch aus also hier haben wir die silbe ismus jetzt ich okay die beiden passen also nicht zusammen ling der feigling aha seht ihr die beide passen weil wir hier die endung ling haben und hier haben wir ein substantiv mit ling und nach solchen paaren müssen wir suchen jetzt habe ich schon wieder vergessen was ich vorher aufgedeckt habe dann bin ich wahrscheinlich recht schlecht gerade der ventilator okay der honig der organismus passt nicht ismus der organismus jawohl und noch die beiden der honig so genau und jetzt kannst du es hier nochmal spielen wenn du möchtest oder du gehst einfach weiter weiter und das war jetzt ein schönes beispiel für übungen wir haben jetzt drei übungen gemacht um dieses kurze thema der quasi wörter für einen artikel einzusteigen wir haben recht intensiv geübt und du kannst natürlich die karten werden natürlich immer wieder neu gemischt und so kannst du auch auf deinem smartphone oder an einem tablet oder zu hause am computer es funktioniert natürlich auf allen geräten einfach nicht ein bisschen hinsetzen und diese silben trainieren wenn du möchtest natürlich haben wir das für alle drei artikel gemacht für den femininen artikel die gibt es sehr viele endungen und für das neutrum gibt es wieder etwas weniger aber die maskulinen waren jetzt die wenigsten und damit es nicht zu viel geworden ist habe ich euch jetzt mal dieses beispiel präsentiert und natürlich geht der artikel kurs noch viel weiter wir fragen uns natürlich was ist mit all diesen wörtern die keine genus spezifischen endungen haben auch dafür gibt es eine sehr sehr gute mnemotechnik das ist allerdings etwas ausführlicher zu erklären da muss man sich ein bisschen mehr zeit nehmen aber wenn du die mal verstanden hast dann dann ist dein leben des artikel lernens wirklich ein anderes also ich habe das selbst nicht mit artikel lernen aber die übungen habe ich selbst natürlich auch schon gemacht und habe es in anderen lernbereichen selbst erfahren wenn du die richtige mnemotechnik hast wenn du verstehst was in deinem kopf passieren soll so dass die informationen sinnvoll miteinander verknüpft werden dann kannst du dich so viel besser daran erinnern und vor allem wenn du es mit bilder verknüpfen kannst mit bildern verknüpfen kannst das war ja ein ganz fataler fehler über das phänomen der endeklination übrigens möchte ich auch noch mit euch sprechen demnächst okay das war's für heute lasst mir gerne kommentare da denkt unbedingt dran meinen gedächtnis crashkurs für deutsche grammatik kostenlos euch zu erwerben einfach auf den link klicken in der infobox und euch einschreiben lasst mir bitte gerne ein abo da natürlich freue ich mich auch über likes und so weiter und gerne gerne schreibt mir themen in die infobox die euch interessieren zu denen ihr euch das nächste video wünscht gut das war's für heute ich hoffe ich habe nichts vergessen und falls doch sage es im nächsten video das war peter heinrich von easydav.de es lohnt sich immer ein blick auf meine website bis dahin tschüss das war peter so